ja hallo leute ich bin euer radi ja euer radi wollte heute mal zu fengsten noch mal ein kleines update geben und zwar ich hatte ein update gemacht das war glaube ich zum thema ich hatte ein video gemacht zum thema train und smart handys und ipads und so weiter und dazu wollte ich jetzt noch mal ein update machen oder eine erweiterung und zwar zum thema server und clients so ja was ich natürlich auch noch machen wollte ich mache mal eben jetzt hier mal eben den titel an so da ist ja euer radi bedankt sich in aller aller form bei euch allen die mir da diese abos geschenkt haben wir sind jetzt sage und schreibe oder ich bin jetzt sage und schreibe bei 2501 angekommen das ist für mich eine beachtliche zahl und ja ich hoffe wie gesagt ich höre immer es gefällt irgendwie und ja wenn es gefällt dann ist es gut und dann immer abos also ihr wisst schon was ich meine okay also vielen dank dafür ja unser thema ist heute ein train jetzt in der aktuellen version 5.0.11 und das thema heißt heute server und client und da machen wir mal mit weiter ich gehe mal eben hier wieder raus so ja was ist es ganz dass das ganze ist ich sag mal hat was zu tun mit dem was wir schon mal gemacht haben nämlich netzwerk ich gehe mal eben hier auf das da auf das handbuch und zwar wenn wir uns dann mal dieses handbuch anschauen und wir gehen mal hier runter dann sieht man ziemlich weit hinten auf der seite 100 und schieß mich tot 90 oder so was da kommt dann jetzt hier irgendwas mit so jetzt da kommt was so und hier kommt was mit netzwerk und auf der einen seite 195 da gibt es informationen noch zum netzwerk das haben wir schon teilweise wie gesagt abgearbeitet mit den handys das hat ja super schön funktioniert aber jetzt habe ich da auch für mich noch was neues entdeckt denn es gibt diesen sogenannten ja server und klein modus und da gehen wir mal hin 195 so da gehen wir mal hin und hier geht es dann los also es geht jetzt eigentlich darum ich kann ja mir ein eigenes netzwerk aufbauen bei itrain mit was was ich 1 2 3 4 5 rechnern oder und auch eben diesen handys und das wollte ich mal eben zeigen wie das geht beziehungsweise mal hier aufrufen und das ist nämlich eine ganz einfache sache ja wichtig ist man sollte wissen also wenn man itrain aufruft neu startet oder wie auch immer oder es normalerweise bedient dann ist es immer voreingestellt voreingestellt ist es halt mit in dem fall einer einzelanwendung so das heißt es ist läuft nur ein rechner und da läuft halt meine an meinem projekt drauf und das ist es dann im prinzip so und jetzt wenn man sich das aber mal hier durch liest es ist aber möglich mit itrain ein netzwerk aufzubauen zu diesem zweck an itrain auf mehrere mehreren computern mehrere computer und das ist heute das thema gleichzeitig installiert werden die dann untereinander vernetzt werden wodurch mehrere personen an der modellanlage ich sag mal was machen können steuern können so und hier kommt dann die regel in einem solchen netzwerk muss itrain muss eine itrain anwendung als server laufen das ist also sagen wir mal so der ja wenn man so will im technischen heißt es dann der zentrale anwender das ist dann eben der haupt rechner an dem an dem eben die dieses projekt läuft mit wo ich eben halt die modellanlage mit fahren oder mit fahrer oder betreibe so so das ist also dann die anwendung die dann diese dieses projekt eben direkt steuert so andere itrain anwendungen über netzwerk verbundene computer fungieren dann als clients also als gäste das heißt es sind die werden praktisch dazu geschaltet und können dann halt eben entsprechend auch bedienen so und haben im netzwerk zugriff auf die modellanlage dann über über diesen server was dann der haupt rechner ist und wenn wir mal hier reingehen in dem in dem in der leiter in dem in dem reiter hier voreinstellungen da kann ich ja halt bei netzwerk aussuchen und da habe ich einmal die einzelanwendung und muss aber dann hier in dem fall auf den server gehen so das heißt der haupt rechner wird als server eingestellt und dann geht es weiter um ein solches netzwerk aufzunehmen server fungieren train gestartet werden und die verbindung zwischen eintrain hergestellt werden so wenn ich das gemacht habe dann muss ich im prinzip den rechner runterfahren also nicht den rechner runterfahren sondern itrain runterfahren und wieder neu starten so die einstelle anbindung ja genau klein muss nun umgestellt werden server netzwerk und so weiter so nach dem betätigen des buttons ok ist er auf server modus eingestellt und überwacht dann halt ob da jemand sich anmeldet oder nicht so beim beenden des programms werden dann auch die einstellungen und so weiter gesichert so und beim nächsten programm start auf diesem computer dann wird automatisch wieder in den server modus eingestellt oder wird mit dem server modus weitergearbeitet sofern ich nicht wieder auf einzel modus umgestellt habe was natürlich jederzeit möglich ist so dann gehen wir mal dahin so hier gibt es ja dieses kleine anzeige fenster das kennt er ja schon von den handys das steht normalerweise auf null und ich habe jetzt mal weil ich das sonst schlecht darstellen kann ich habe jetzt mal meinen meine bildschirme abfotografiert also ich mache das gleiche ganz mit mit drei rechnern und wenn wir uns jetzt mal den ersten rechner anschauen dann gibt es da ein bild das ist der haupt rechner hinten und der hat hier in dem fenster unten bei clients da hat er halt eben noch nichts drin stehen das heißt ich habe es mal aufgerufen aber da steht nichts drin also ist auch noch kein zweiter rechner da so wenn ich also dann ein klein also einen zweiten rechner anmelden möchte dann geht das folgendermaßen das heißt ich muss dann diesen zweiten rechner das ist jetzt zum ich will hier dann mein wo ich jetzt hier drauf arbeite dass jetzt mein rechner der mann an meinem schreibtisch ist der also praktisch ein raum weiter ist als jetzt meine anlage und in diesem rechner muss ich dann halt eben diesen als client bezeichnen und muss dann hier die ip adresse eingeben und zwar von dem rechner der dann letztendlich das projekt also sprich meine anlage betreibt ich glaube da kommt noch ein bild kommt dann haben bild kommt kein bild nein ok gut da kommt es kein bild gut dann machen wir das eben gut da war jetzt kein bild drin ja also hier muss ich dann praktisch meine ip adresse eintragen und dazu gehe ich jetzt mal eben wieder auf den rechner hier und da sage ich jetzt mal ok wir gehen auf voreinstellungen wir gehen auf netzwerk und da steht ja schon oder hier da steht dann netzwerk und da steht einzelanwendung und da sage ich jetzt meine rechner er soll ein klein sein also ein gast und das ist jetzt die ip adresse hier die 192 168 178 punkt 70 die 70 ist praktisch die adresse von meinem rechner also von meinem rechner der meine anlage praktisch fährt die gebe ich hier ein und sage dann ok so jetzt heißt es hier eine änderung der netzwerk einstellung erfordert einen neustart des programms ok das machen wir dann sagen wir ok wir starten dieses programm neu so dann muss ich da mal eben hier raus gehen und muss den dann neu starten das machen wir dann da wir starten ihn neu und siehe da er kommt automatisch mit meinem projekt was auf meinem ich sag mal eisenbahn auf meiner anlage läuft und ich habe jetzt praktisch vollen zugriff im prinzip hier drauf und ich kann auch die entsprechenden seiten hier einschalten und kann dann hier dinge tun die dann hier auf der anlage laufen das heißt also ich habe den zweiten rechner jetzt eingeschaltet das sieht dann im endeffekt jetzt so aus ich musste eben das ist das so ich muss das mal eben so machen so hier kann man jetzt sehen in dem bild in diesem insert bild sieht man jetzt dass der erste rechner angemeldet ist das ist der heißt in dem fall buddy das ist mein buddy rechner so nenne ich den so und den mache ich mal eben wieder weg und wenn ich dann jetzt einen zweiten rechner noch einschließen bzw anmelde das mache ich auch mal eben das kann ich allerdings nicht so zeigen ich mache es aber jetzt mal so ich dachte jetzt mal mein notebook und dieses notebook bringe ich ebenfalls in die voreinstellung sprich klein sondern auch wieder die 70 und auch den muss ich wieder neu starten naja und starten wir ihn doch mal neu und ich sage neu starten so das habe ich jetzt gemacht und er ist jetzt auch da das könnt ihr allerdings jetzt nicht sehen aber das sieht dann in dem fall so aus das heißt ich habe jetzt eine anzeige die mir an meinem haupt rechner anzeigt da ist jetzt einmal der buddy und einmal ist es der mein notebook was ich da eben mit dazu geschaltet habe heißt ich habe jetzt im endeffekt zwei zusätzliche rechner am ich sag mal in der in der software i train laufen also drei stück insgesamt das heißt ich kann jeden mit jedem rechner kann ich jetzt von diesen dreien irgendwas tun was ich an der anlage machen möchte heißt also ich kann bequem von meinem schreibtisch aus zum beispiel dinge programmieren machen und tun einstellungen ändern und so weiter eine ausnahme gibt es da und da gehe ich mal eben wieder raus denn ich kann jetzt nicht von diesem kleinen rechner auf zum beispiel hier oben auf das gleis bild zugreifen das kann ich nicht aber ich kann ich sag mal aktionen kann ich mir anschauen ich kann hier was ändern ich kann eigentlich fast alles machen ich kann ich sag mal hier in den eigenschaften von zügen was tun also ich kann schon eine ganze menge machen und ja das finde ich ist eine ganz klasse sache und wenn ich jetzt halt noch mal auf das video 12 zurückkommen will dann ist es auch so dass man halt eben auch dann zusätzlich immer noch mit den ich sag mal smartphones arbeiten kann und das sieht dann im endeffekt moment das ist dann mein zweiter rechner den hatten wir gerade wenn ich das richtig sehe ja genau das ist der zweite rechner und mit dem smartphone wenn ich das auch noch mit reinbringe dann sieht es halt so aus also ja das wollte ich nur sagen das ist eine super sache und das mal wieder weg machen ich gehe noch mal hier eben drauf nicht dass wir was vergessen haben ja wenn ich hier also wie gesagt meine ip-adresse eingebe von dem rechner auf dem das projekt läuft also sprich mit dem meine anlage betrieben wird so und dann habe ich hier eine verbindung und dann kann ich im prinzip mit mehreren rechnern auf dieses projekt auf meine anlage zu greifen so nach dem neustart steht hier und noch nach dem neustart wird eitrain wieder im klein modus automatisch versuchen eine verbindung herzustellen weil logischerweise geht man davon aus wenn ich das einmal will ich das vielleicht dann auch weiterhin will und wenn nicht dann kann ich das eben wieder zurückschalten und kann wieder auf einzel anwendung schalten und dann ist die sache erledigt ja was soll ich sagen so hier haben wir noch die bemerkung ja genau im server modus alle möglichkeiten so oder da sie können speichern zugriffsrechte und so weiter schnittstellen einstellen möglich änderung gleisbild ist möglich neue objekte ist möglich ich master so verfügen genau so der server hat kein oder nur einen kleinen bildschirm der nicht gut zum meditieren geeignet sie möchten werden der bearbeiten frei bewegen master klein drahtlos angeschlossen ist der server computer hingegen hat ein kabel usb netzwerk monitor und kann nicht bewegt werden als beispiel so und hier haben wir dann ja er arbeitet mit der gleichen lizenz so er hat mit einschränkungen kann von jedem item auf seinem computer ohne lizenz verwendet werden ja gut wenn man im club oder so weiter arbeitet kann man da halt auch was machen jo es wird erlaubt alle editier funktionen sozusagen auf anzuwenden ja das muss man sich halt einmal los durch lesen und gutes okay dann geht es hier bei ios und bei android weiter und das hat man ja schon und das ist ja im endeffekt das gleiche nur mit dem handy ja leute das wollte ich heute nur sagen also ich finde das große klasse ist ein super tool von i train geht ganz einfach und man hat echte möglichkeiten da vielleicht mal eben mit einem notebook an einer an irgendeiner ecke ranzugehen was zu machen und so weiter und sofort jo das war euer radi wieder für dieses mal so der radi sagt wie gesagt dankeschön schöne pfingsttage bleibt gesund die zahlen corona sinken das ist auch gut so deswegen muss man aber trotzdem schön weiter aufpassen ja euer radi sagt ciao für heute